Glaubst du an Gott eigentlich? Ich glaube, dass es da etwas gibt, das uns alle erschaffen hat, aus dem alles entsprungen ist. Trotzdem sage ich immer, meine Redewendung ist immer bei den Göttern. Ich glaube, ich mit meinem germanischen Ursprung auch, ich würde eher sagen, ich glaube an das Gute, an das Böse, an eine Quelle nochmal, aus der wir alle ersprungen sind. Und die genaue Definition soll jeder für sich selbst finden. Aber ich bin niemand, der jetzt in eine evangelische oder katholische Kirche reingeht und dort eben betet, weil ich eben meine Wurzeln auch woanders sehe.